Auch Engelhardt schreibt nach Hause. Auf einer Postkarte von ihm ist zu lesen, wir leben hier permanent nackt und genießen fast nur Früchte, vor allem die heilige Kokosnuss. Was denn... Vor allem, stell dir mal für eine Sekunde vor, du kriegst von irgendeinem Freund von dir diese Postkarte. Denkst du dir, oh oh, der war ein bisschen lang in der Sonne, oder da fahre ich hin. Ja, da fällt mir ein, ich bin im Mai am Gardasee und ich habe deine Adresse. Willkommen bei ARCH, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.